Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinemanuel aus Liebe zum Film. Es ist wieder Montag, es ist 17 Uhr und das bedeutet in zwei Stunden gibt es auf dem Kanal von Ralfs Unboxing sein neuestes Wochenupdate. Wir widmen uns in diesem Video aber den Blu-Ray Neuerscheinungen der Kalenderwoche und 20 und da hätten wir am 16. Mai die wunderschöne von allen geliebte Ash vs. Evil Dead Büste inklusive der Staffeln 1 und 2. Leider ist Staffel 3 noch nicht in Deutschland erschienen. Wann das sein wird, weiß ich leider nicht. Falls ihr da irgendwas wisst, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Jo, dann kommen wir zu einem wunderschönen Steelbook, wie ich finde, nämlich von Sicario 1 und 2. Das erscheint ebenfalls am 16. Mai. Die Standardvariante, die Standard Blu-Ray für 19,99. Es gibt auch eine 4K Blu-Ray, wie man hier sehen kann oder Steelbook Variante. Das Ganze aber leider auch zum doppelten Preis für 40 Euro. Jo, dann kommen wir zu den Blu-Ray Neuers und zwar am 17. Mai haben wir hier Anruf aus der Hölle. Bereits eine Kundenrezession ist vorhanden. Derjenige war leider nicht so begeistert, wie es scheint. Wird auch, denke ich mal, so ein ziemlicher Trash-Film sein. Ob man den gesehen haben muss, ich weiß es nicht. Aber vielleicht doch für den einen oder anderen interessant. Dann haben wir Attack of the Adult Babies und zwar Mediabook-Cover-Variante. Das erscheint ja auch in unzähligen Mediabook-Varianten. Hier gibt es ein paar auf Amazon zur Auswahl. Ja, für mich ein Film, den ich wohl oder übel auslassen werde. Dann kommen wir aber zu einem sehr interessanten Film, etwas älter, aber in einer schicken Mediabook-Collectors-Edition. Und zwar Die Bounty mit Anthony Hopkins und Mel Gibson. Das Ganze gibt es hier zum Vorbestellen bereits für 21,99 Euro. Dann haben wir die Todes-Party ebenfalls in einem, ja, Mediabook. Hier Cover-Variante B, meine ich. Das müsste A sein. Ja, vielleicht habe ich es vertauscht. Entschuldigt das bitte. Das Ganze kann man vorbestellen, allerdings zum happigen Preis von 44,99 Euro. Der Film sagt mir irgendwie gar nichts. Also, keine Ahnung, vielleicht sagt ihr euch was. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare rein. Ist das ein Release oder Re-Release oder um was geht es da eigentlich? Tut mir leid, ich habe da nichts großartig rausfinden können an dieser Stelle. Wovon ich aber was weiß, ist das hier, nämlich Feuerwehrmann Sam. Hier haben wir Kinofilm, plötzlich Filmheld. Ja, 9,99 Euro die Blu-Ray, 9,99 Euro die DVD erscheint ebenfalls am 17. Mai. Kann man bereits vorbestellen. Die Links findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Dann haben wir eine Neuauflage von Hachiko. Gesundheit, wahre Freundschaft, wert ewig. Ja, vielleicht für den einen oder anderen interessant. Dann haben wir noch Mafia, die Paten von Chicago. Dürfte eine Serie sein, so wie das aussieht. Kenne ich leider gar nicht. Falls ihr davon was wisst, schreibt es mir in die Kommentare rein. Ich finde ja Mafia-Filme, Serien sowieso sehr interessant. Mag auch diesen alten Stil. Also, falls ihr da einen Tipp abgeben könnt oder das empfehlen könnt, bitte leave a comment below. Dann kommen wir zu No Man's Land. Ja, ein Film, auch schon ein bisschen älter. Hier aber erstmals auf Blu-Ray Remastered in HD. Dann haben wir den Horrorfilm Polaroid. Polaroid. So, jetzt aber du weißt nicht, was du auslöst. Ja, du weißt nicht, worum es hier geht. Ich habe keine Ahnung. Es gibt schon ein paar Kundenrezessionen, wie man hier sehen kann. 14,99, aber ich weiß nicht. Von dem Produzenten von Ass on the Grudge. Okay, kann man ja mal hinschreiben. Aber, tja, das warte ich mal lieber ab. So, dann haben wir noch einen Klassiker aus der Klassik Chiller Collection. Nämlich Rebellion in der Tiefe in einer wunderschönen Edition, wie man hier sehen kann. 24,99 wird da hier erstmal veranschlagt. Und dann einen etwas älteren Film. Aber ich fand den gar nicht schlecht. Nämlich Soul Plane mit Snoop Doggy Dogg, Method Man und Kevin Hart und Tom Arnold. Ja, kann man sich definitiv mal geben. Allerdings nicht zu dem Preis. Hier würde ich definitiv auch warten, bis der Preis gesunken ist. Aber ich bin mir sicher, dass der Film früher oder später dann in meine Sammlung wandern wird. Und zu guter Letzt haben wir dann noch The Glass Coffin. Du gehörst mir. Ja, die Blu-Ray vielleicht auch irgendwann. Eines Tages, aber auch hier 15,99. Nein, danke. Jo, meine lieben Filmfreunde. Das war es dann mit den Blu-Ray Neuerscheinungen der Kalenderwoche 20. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, es war für euch ein bisschen was dabei. Ein bisschen mau in dieser Woche. Aber die letzten zwei Wochen im Mai, die haben es dann wieder in sich. Und da sehen wir uns dann spätestens wieder. Das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und Servus.